Wir als Extra-Computer sind seit 1989 komplett auf den Channel ausgerichtet. Das heißt, unser besonders breites Portfolio von Business-IT über Industrie-Hardware bis hin zu Sonderlösungen ist genau auf Sie als Systemhäuser und Wiederverkäufer und auf Ihre Endkunden abgestimmt. Wir stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite. Gerade im Server-Bereich gibt es ja riesige Änderungen am Markt, Stichworte wie VMware und Sophos. Als Alternativen ist zum Beispiel Proxmox in aller Munde. Wir helfen Ihnen, das Ganze einzuordnen und für Sie und Ihre Endkunden die richtige Lösung zu finden. Kommen Sie vorbei!